tryhard plus was geht youtube und herzlich willkommen zum nächsten tag hier im call of duty mai mit visca barster natürlich was geht ab leute black ops 1 heute angesagt genau und zwar gehen wir auf die black ops 1 nuklear das heißt wir spielen drohne konta drohne blackbird in black ops 1 die letzten runde hat es schon so gut funktioniert auf antons kanal nämlich jetzt machen müssen wir für meinen kanal leute ohne scheiße jetzt wir haben die teilweise so auseinander genommen das ist wirklich krank so leute los geht's gucken kann man gucken wie viel kills wir zusammen non-liefel schaffen also ohne killen die killstreaks das vor allem das og nuketown leute ich kann es hier erst mal eine pette nade ok russet wehrt sich auch nicht wirklich wir müssen unsere startflagge eigentlich einnehmen der ist ja gespawnt einfach was passiert hier die ganze zeit einer ist hier noch irgendwo im haus oder oben 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 mit map nein er holt er dich geholt mit map was für lag das grad bei mir war ja ich glaube ich bin klar alter nein nein scheiße egal euch ihr seht schon wie das jetzt abgeht alter das geht die ganze zeit oh mein gott dick hat die spawnt alle was ist das hier für ein spawntrap oh mein gott ich musste kurz zurücklaufen ist zu viel die drohne konnte rauszuhauen macht so spaß in diesem modus ne oh gott er ist der gespawnt auch keine drohne drohne raus schnell weg 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 die spawnt gleich eh wieder hier ah digga das ist so krass wir werden so viele kills machen dieser runde das wird so geil alter oh mein gott oh er läuft oben ins haus nein kasprrrr das will sich wiederholten ah dingens fehlen es aber noch der blackbird anton ja digga wir müssen echt blöcke boah hier brennt alles weißt du warum wird die gar nicht klarkommen mit dropshots null ich dropshot irgendwie gar nicht ich mach richtig den wo2 modus die ganze zeit das gabst du oder was ja irgendwie schon weiß auch nicht wieso ich bin kurz vor dingens braun ja mach mal klar digga nein nein du darfst nicht sagen ah ich darf es nicht nicht sagen man jetzt spawnt er vor allem jetzt rankt er mich auf einmal oh digga das ist so intensiv man siev digga kennst du noch siev digga das war siev klar von alberto ja mein gott spawnt hier digga das ist ein gegner was wie geht's digga du kannst hier so fieden nein mann ich pushe zu hart rein wir müssen mal mein gott digga das ist so gestört mein gott ey das ist wie gegen recruit bot zu spielen anton ja mann das ist ja das geile ja blackball hab ihn endlich hab ihn hab ihn sehr schön du bist so geflasht digga versuchst doch gar nicht erst oh mein gott digga neun er ist oben zehn ich muss jetzt seine waffe holen 11 12 wo war das knapp 13 13 und dann werde ich oh gott ich habe schon zwei ich bin auch kurz vor wie es irgendwie gestorben ist es gibt nicht so viele non lethal 100 plus in diesem spiel digga das macht so spaß ich auch so spaß ist anzugucken und auf einmal das flitzkühler manchmal haben sie so ihre momente es gibt ja gar keine halbzeit ich warte die ganze auf die halbzeit digga was denn jetzt los ne 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 jetzt müsste schon jetzt ein wunder passieren für 100 plus wobei ein paar krasse feats dann geht das ich bin schon wieder full flasht oh mein gott oh gott ey ich hab gleich reset nein digga ich schwöre manchmal weil das spiel so hart leckt hat man keine bullet drag sauber hau raus wow alter komplett gefett fingert perfekt gelaufen digga 9 10 das macht so spaß ich krieg ich krieg alle alle krankheiten der welt digga ich hab die auch gerade aufgehoben der selben sekunde nein ich bin sterbe er hat mich auch geholt der amg typ egal digga lass auch viele kills spielen nein digga manchmal ist es so random digga es ist teilweise so random die kommen einfach nicht mit dropshots klar in diesem game ich kann nicht ernst sehen was hier gerade passiert ich kann das nicht mehr digga das spawns hinter mir digga schau Marcel ich springe auch noch rein wieder blackbird nein ich hab auch blackbird noch digga wir könnten easy hier 100 plus machen und die zeit aber die flaggen guckt halt ne hier geht ja das game fast 14 minuten oder so ganz perfekt läuft digga ich kann nicht mehr das sind echte gegner leute das sind echte gegner gegen die wir spielen schon underpowered die ak mit Dingens mit schnellfeuer ey ohne Mist warum gibt es nicht so ein mg kann man nicht maschinen gewähr digga spielen mit schnellen magazine ich kann nicht mal so schnell nachladen ich auch nicht ich sterbe immer nur wegen nachladen oder sowas hier ist erstmal ordentlich Marcel das ist doch lächerlich digga das ist doch echt es ist gestört an von wirklich digga das ist ich hole den full flash digga ich hole den full flash digga ich hole den full flash es ist egal was ich mache digga die holen mich grad nicht alter digga das hat so spaß gemacht das hat so spaß gemacht wir haben 145 kills noch lethal zusammen das ist so gestört digga ey ohne witz anton das war eine der spaßigsten COD runden meines lebens es ist noch ein blitzkrieg am gegner team anton ach digga einfach zu spielen wie bei ihm ja normal also ich werde jetzt nicht aufgeregt sein ich glaube ich bin host anton ich glaube das ist jetzt die lobby der lobby noch eine noch eine noch eine die müssen auch eine flagge einnehmen das wäre jetzt ganz scheiße wenn es daran scheitern würde die am c 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 abtali vor allem muss die hunde klar machen nein ja eins vom black wird gestorben hab hunde ich sammel die helis bis zum ende glaube ich das habe elogix immer so gemacht ja ja lasst dich töten ja stimmt warum töte mich bitte du schaffst das ja komm einmal noch komm töte mich doch mein gott digga heilige scheiße wie lange er braucht das hat das was die die am heli die am ganz digga er hat ein gun ich kann nicht mehr wirklich nicht nein ich mache ich habe drei tote drei tote von kasper von also von Ich hab ihn jetzt jagen, das kann ich nicht sagen. Er hat wahrscheinlich verbunden. Er hat wahrscheinlich verbunden. Er hat wahrscheinlich verbunden. Er kann nicht. Beschütze mich mal kurz. Ich glaube ich überlege den Heli rauszuhauen. Obwohl, ne. Ich versuche erstmal. Sein Heli ist jetzt weg. Ich hol kurz einen 9er Heli rein. Ich brauche den 1er Heli. Ich will meinen Selbstbewusstsein. Nein, warte, hau nicht raus. Äh, hau ich nicht raus. Okay, okay. Kann ich mehr die Blackbirds haben? Ja, ja, kannst du. Digga, das ist ein Schlachtfest. Die Geier an deinen Dinger, nice. Ich geh bei denen ins Haus, ich hol die vom Haus hier. Ja, das wär gut. Was spawnen die denn noch da unten? Digga, wie lang sind... Nein, er liegt da drin, oben bei denen im Haus. Zwei Leute. Warte, ich müsste... Die nehmen A ein. Ich hol die aus dem Haus. Aber die schießen nicht mit Raketenwerfen auf mich, sondern mit ihren normalen Waffen, Anton. Sehr angenehm. Zwei Leute hab ich hier aus dem Haus. Ist noch einer oben im Haus? Digga, Anton, was ist das? Digga, Anton, wie geht der Heli grad ab, Digga? Digga, was ist das? Komm mal, 100 plus. Hau Blackbird raus. Ich hab noch einen Blackbird, Marcel. Let's go. Sauber. Eigentlich muss ich mich doch töten lassen, ne? Ich lass mich töten, dann mach ich noch einen Blackbird. Komm, töte mich. Nice. Oh mein Gott, nein. Jetzt spiel ich auf einmal dumm, weil ich jetzt auf einmal anfange nachzudenken, Digga. Das ist so, so falsch. Ist immer noch die schlechtste Spieler der Welt, Digga. Weißt du, das darf ich nicht vergessen. Aber die spawnen auch so krass hier. Alleine was ich non-ly für Kills mache, darf ich nicht unterschätzen. Mein Gott, Digga, was ist das? Nein! Wie hat er das noch geschafft, Digga? Ich hab wieder Blackbird, Marcel. Also jetzt ist echt Dauer Blackbird. Du hast 49k jetzt kommen. Ja, warte. Okay, normalerweise würde ich jetzt auch ganz anders, ganz locker spielen. Okay. Ich geh wieder auf den nächsten V-Set. Oh mein Gott, ich hab wieder V-Set, warte. Ich hab V-Set, ich hab V-Set, aber ich muss... Schwerst, schwerst auf den V-Set. Hab den Heli. Okay. Hab ihn gestorben, aber der Heli ist eh erstmal wichtiger. Ich hab V-Set. Ja. Raus. Stack die Streets, Marcel. Ja. Ja. Oh mein Gott, Digga, man kann die... Was kann man mit denen machen? Super Gas, komm komm. Digga, Anton, was passiert hier? Ich komme mir vor wie so ein Zombies, Digga, wo man die einfach alle holt. Ich hab wieder... Marcel, ich hab noch drei Orbis oder so. Komm, einen raus. Ich bin wieder vor Hunden gestorben. Aber Hunde sind eh nicht... Aber Hunde sind nicht so schnell. Ich hab zwei Helis noch gestaked. Okay, nice. Das... Punkte laufen auch super. Ich würd sagen, versuch noch einmal die Streets zu holen, Marcel. Ja, dann hau ich raus, ne. Oder nachher alles raus. 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 Ah, ich weiß nicht. Wie lange sitzt man hier? 45 Sekunden? Ah, ich glaub 160 Punkte sollte aus. Warte, ich hau jetzt erstmal raus, Digga. Ich hab ja noch einen Blackwell am Ende dann. Dann kann ich eh nochmal selber spielen. Ja. Okay. Also 100 plus wird das locker, Leute. Wenn das kein 100 plus wird, dann wärs schon sehr komisch, was jetzt passiert. Ich hol die aus den Dingens. Ja, ich krieg grad keinen Winkel auf niemanden. Sind alle dahinter im Haus gerade. Ey, das ist so Pech gerade. Ja, ich kann nichts machen. Sind alle im Haus bei Dingens. Ja, ja, ich versuch's. Ich versuch's. Ich bin dabei. Also ich bin eigentlich im Haus, Marcel. Ja, jetzt spawnen die da. Jetzt spawnen die gut. Jetzt spawnen die gut. Ja, spawnen sollten. Sind die bei Dingens gespawren? Anderes Haus, sind die bei C jetzt. E, B, D. Gleich rein rüber, ich rüber rüber. Kann die Leute sogar oben raus holen, Digga. Das ist so lustig. Nein, einer ist noch drin im Haus. Ich hab' ihn nicht gekriegt. Aber teammate hat ihn? Ja. Okay. Wir sind wieder im anderen Haus. Ich versuch's hier zu holen, Digga. Warte, ich versuch's noch einmal schnell streaks, sonst hau ich's nochmal raus. Warte. Ich würde jetzt raushauen, Marcel. Ja, warte, warte ganz kurz. Ne, okay. Hatten Claymore gehabt. Einer noch. Ne, 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 ne. Jetzt ist es free, jetzt ist es free. Haus ist free. Der ist unten im Haus. Hab' ich? Ja, jetzt hol' die alle, hol' die alle, hol' die alle. Komm, 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 komm. Einer B, 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 B. Ah, der ist im Haus jetzt wieder. 81 kills hast du. Fuck, Digga. Schade, Mann. Ja. Ich hab ja neulich ne 100+, also eins in meinen letzten BO1 Videos war ne 100+. Da hab' ich voll easy gespielt, so. Ja, du hast sogar 82 kills, Digga. Ja. Aber das Ding ist, die waren nicht mal so schlecht für die Übersplitscreener, Digga. Dieser obere hat mir schon manchmal Angst gemacht. Schau mal, der hat mich auch nicht schmarrn, Alter. Ich will gar nicht wissen, wie schlimm die Runde für Georgi Flirt 2 war. Pfff. Und dann ein Batsch. Okay, Leute. Ich würd' sagen, das war richtig krass, wie viel Kills das heute waren. Insgesamt in den beiden Runden haben wir, glaub' ich, 300 Kills zusammen gemacht. Richtig crazy. Ja, jetzt hatten wir 169, Digga. Ja, also über 300 Kills. Lass auf jeden Fall ein Abo da, hier gerne ein Like und haut rein bis morgen. Tschau. Tschüss. Tschau.